Musik Mama, ich hab so Hunger. Ja, wir sind gleich zu Hause. Ich koch dann was. Können wir nicht zu McDonalds fahren? Sei nicht gar keine schlechte Idee. Wir waren schon lange nicht mehr dort. Na gut, von mir aus. Juhu! Mama, ich will unbedingt ein Happy Meal. Ja, ja, wir schauen dann drin. Also, was wollt ihr denn haben? Ich will ein Happy Meal. Ich auch. Mach von mich einfach einen Weg weg. Okay, dann bestell ich mal. Willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung, bitte. Wir hätten gerne zwei Happy Meals, zwei Backpack und eine große Cola. Okay, das macht dann 50 Plimodeller. Hier, bitteschön. Danke. Dann gibt's hier noch 50 zurück. Vielen Dank. So, bitteschön. Ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit. Auf Wiedersehen. Wo wollen wir uns denn hinsetzen? Da hinten hat es einen Tisch frei. Da können wir doch gehen. Das ist ein guter Platz. Ich hab jetzt Hunger. Kannst du mir mein Happy Meal geben? Ja, immer langsam. Hier, bitteschön. Boah, ich fremde mich auch schon richtig auf meinen Big Mac. Ich könnte jeden Tag zu McDonalds gehen. Es ist so lecker. Ja, das Essen ist aber leider auch sehr ungesund. Schaut mal rüber. Wer kommt denn da rein? Willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung, bitte. Servus. Ich hätte einmal gerne einen McRaclet mit extra viel Käse. Ja, bringe ich ihn. Und das nächste Mal lassen Sie die Ziege bitte draußen. Johoi. Die wird mir draußen noch geklaut. Aber in Ordnung. Seid ihr fertig mit Essen? Ja, ich bin fertig. Ja, ich auch. Dann bringe ich mal den Müll weg. Können wir morgen nochmal in den McDonalds kommen? Nein, morgen gibt's Mamas Essen. Es tut mir leid, dass dieses Video hier nicht so lang ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu ernähren. Denn dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr, würde ich sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.